Kettensägen-Künstlerin. Ich bin die Anneke Theink, ich mache Glas- und Keramikkunst. Ich bin die Christiane Siebert und ich mache die Malerei. Und ich bin die Dieter Monscher und ich mache das Interview. Wie gesagt, ich habe gerade gesagt, ich mache das im Stehgreif, weil ich diese Woche das erfahren habe und im Grunde genommen nichts weiß. Das Richtige für einen Journalisten, nichts zu wissen und dann zu fahren. Was macht ihr hier? Also, vor der Hand wohne ich mal hier und habe den Platz einfach zur Verfügung gestellt, weil ich ihn habe. Und wir haben uns entschlossen, also ich bin Kettensägen-Künstlerin, das heißt, ich mache meine Skulpturen mit der Kettensäge und benutze verschiedene andere Geräte. Dass wir gerade unterbrechen, du machst heute keine Demonstration mit der Kettensäge, das machen wir später mal, ja? Ja, ich mache heute keine Demonstration, weil das eine Vernissage sein soll. Und auf einer Vernissage finde ich es einfach störend. Wir wollten und ich wollte auch einmal Zeit haben, den Interessenten und den Leuten, die hier sind, meine Sachen auch mal zu erklären und nicht immer nur dreckig zu sein und immer zu arbeiten. Also einfach mal Freizeit verbunden mit der Demonstration und dem Zeigen, was du alles machst. Ja, richtig, genau. So, das war die Uschi Elias. Und jetzt nochmal zur... Anneke Teying, also ich mache Glas- und Keramikkunst und wir haben uns kennengelernt in der Gärtnerei und da ich ja auch Außenobjekte mache, für den Garten haben wir gesagt, wir machen uns zusammen, wir tun uns zusammen, machen eine Ausstellung und dies ist meine Nachbarin Christiane Siebert. Und sie macht? Die Malerei. Die Malerei. Für die Glaskunst oder separat? Separat. Welche Malerei? So, Landschafts- und Natur. Und die Glaskunst ist, also Kunst auf Glas, ich als Laie. Ich als Laie. Also ich verforme Glasscheiben zum Schüsseln, ich mache... Achso, du verformst Glasscheiben? Ja. Sie macht zum Beispiel solche Gläser. Ich, ich, ich... Anneke macht ganz außergewöhnliche Glaskunst. Das ist einfach Hammer, was die für Ideen hat. Ja, ich hatte jetzt gerade gesagt, Glaskunst, sie malt auf Glas. Das, das war jetzt meine erste Vorstellung davon. Sie formt Glas in, 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 in Ideen, die einfach für meinen Geschmack kreativ und unfassbar sind, wie Augen in einem Busch oder... Also, es ist einfach Hammer, was sie macht. Ja. Einfach tolle Ideen, was sie mit Glas zaubert und Keramik. Okay, das war dann mal ein kurzes Interview mit den drei Damen. Ja, ne, macht ja nichts. Ist doch, äh... Ich werde jetzt mal das eine oder andere fotografieren und wir werden in absehbarer Zukunft mal eine Demonstration machen. Was ist das eigentlich? Kettensäge. Ich, ich kann auch mit der Kettensäge umgehen. Nur bei mir geht das meistens immer auf den Müll hier in Niederpleis auf den... Dann kommen Sie einfach mal vorbei und dann machen wir was zusammen. Das wird was, wenn ich da was künstlerisch gestalte. Okay, ich danke dir. Ich danke euch, ne? Ja, wir danken dir auch. Auf Wiedersehen. Auf den Allgäu seid ihr hier. Wow, geil! Wow! Der Deckel von... Der Rot... Vielen Dank.